Bei mir seht ihr übrigens gerade ein ganz seltenes Naturschauspiel, die Avengers diskutieren über ihre Aufstellung, das finde ich super. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich bin umgeben von Avengers und irgendwie, ich fühle mich normal mit meinen 1,74 eh schon so klein, aber jetzt direkt neben Hulk natürlich noch viel kleiner. Ich hoffe, ihr habt da einen Spaß auf der Comic- und Filmbörse und möchte euch jetzt einmal am Anfang zur Einstimmung ganz herzlich begrüßen zum Gewinnspiel von DVD-Forum.at bzw. Prezmedia. Es gibt nämlich jetzt zwei Gewinnspiele mit massig Preisen abzustauben. Schaut einmal bitte, hat jeder ein orangenes Los? Fünf Sätzen. Glücksfee, geh bitte durch, jeder ist so nett, der noch kein orangenes Los hat, lässt sich eines schnell geben. Ja, wir haben heute nur Orange. Alle anderen, die schon ein orangenes Los haben, hoffentlich haben noch eine halbe Stunde Zeit. Wir verteilen einmal die Lose in der Zwischenzeit. Kann ich euch schon ankündigen, wir haben jetzt einmal bei der ersten Runde des Gewinnspiels, wir haben Freikarten für The Transporter Refueled, für The Gallows, wir haben Film Soundtracks, ein Mediabook zu Black Moon, gesponsert von Prezmedia und wir haben eine Feldflasche im Lone Survivor Look, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Generell, falls ihr nach dem Gewinnspiel noch Zeit habt, es wäre sehr cool, der Stand von Prezmedia ist gleich links um die Ecke, ist der einzige eigentlich nicht online Online Shop, den ich derzeit kenne, wo ihr, auch wenn ihr nicht online bestellen und euch Sachen schicken lassen wollt, anrufen könnt, über Facebook bestellen könnt und euch die Sachen dann abholen könnt. Echt coole Sache und Glücksfee hat Lose, du bist leer, na dann, wir haben alle Lose angebracht, keine Sorge, wer jetzt kein orangenes Los hat, es gibt dann noch die zweite Verlosung, da stehen die Preise noch unter mir, die sind auch sehr, sehr cool. Gut, wir fangen an mit den orangenen Losen. Hat irgendwer diese Jeopardy Musik im Kopf, weil irgendwie spielt die bei mir gerade seit 10 Minuten. Bitteschön, das erste Los zieht Captain America. Nummer 44. Nummer 44. Wer hat das Orangene? Kommen Sie zu mir, komm du zu mir. Das erste, was wir hier verlosen, sind zwei Kinofreikarten für den Film Transporter Refueled. Ein cooles Remake, Reboot, hoffentlich, wünsche viel Spaß im Kino. Vielen Dank. Wer, ihr dürft gerne klatschen, auf jeden Fall. Ich finde, es ist eine große Leistung, sich zu den Avengers vorzutrauen. Hulk Smash! Wir haben noch einmal Karten zu The Transporter. Wer zieht diesmal? Thor? Ja. Bitteschön. 40. 40, jawohl. Du schaust mir auch aus wie jemand, der gerne zu The Transporter geht. Die alten gesehen? Tipptopp, viel Spaß damit. Weiter geht's mit dem Film Gallows. Gibt's auch in einem Kino eurer Wahl einzulösen. Das ist, wenn ein Kind gebringt. Oh, das ist natürlich bitter. Dann müsste man einen Erwachsenen mitnehmen im Fall. Also wir haben jetzt da die Altersfreigaben nicht, aber die werden dann natürlich kontrolliert im Kino. Bei den Kinotickets. Wer zieht? Hulk. Hulk hat die besten Hände zum Ziehen. Ähm. Ich gebe weiter zu den Agents of S.H.I.E.L.D. Ich habe nur geschaut, ob ihr aufpasst. Das sieht doch jeder, dass du Deadpool bist. Nr. 0. Ich hoffe, dass du nicht so stark bist wie dein Nachname. Weil sonst... Jawohl, Nr. 0. Zwei Freikarten zu Gallows. Das sind... Du bist stark, der Witz war schwach. Herrlich. Weiter geht's. Noch einmal Gallows. 81. Jawohl. Bitte sehr. Viel Spaß im Kino. Wir kommen zu... Nehmen wir das als nächstes. Ich muss es kurz auspacken, weil ich finde das echt cool. Zu dem Film Lone Survivor haben wir so eine kleine Feldflasche. Sehr, sehr geil. Und einer darf sie mit nach Hause nehmen. Leider haben wir bei diesen Live-Gewinnspielen mittlerweile ziemlich viel Security. Weil sonst wären die Gewinnspiele kurz und mein Auto voll beladen. Schauen wir mal, was... Du hast noch nichts gezogen. Was wir haben. 82. 82. Jawohl. Super. Dann viel Spaß damit. Eine coole Sache. Gerne. Wahnsinn. Ich habe vergessen, mir loszuziehen. Das wäre bitter. Wir kommen zu zwei Film-Soundtracks. Der erste zu Jersey Boys. Jersey Boys Soundtrack. 1. Zum Ersten. Zum Zweiten. Eines gleich vor Werk. Wir schicken keine Preise nach. Also wer nicht da ist, dann verfällt der Preis. Sprich, Nummer 82. Letzte Frage. 58. 58. Nummer 82. Hätte ich schon gefreut. Ich habe sie eben gesehen. Schauen wir mal, ob ihm das auch auffällt. Er hat das Ticket noch. Nein? Nächste Nummer. Ja, machen. Soll ich es wieder reinhauen? Nein, lass bei dir. Bisschen so müß gemacht jetzt. Vielen Dank. 94. 94. Jawohl. Einmal der Jersey Boys Soundtrack. Viel Spaß damit. Dann. Die Frage ist, keine Song Save Your Life. Vielleicht wissen wir es später. Ja, ich finde, ein Lied kann auf jeden Fall Leben retten. Weil stellt euch vor, ihr sitzt in einem Zug. Es spielt Justin Bieber. Der Zug verunfallt. Ganz klar, man hat den Zug längst verlassen. Das Lied hat das Leben gerettet. Captain America. Zieht die Nummer. Ich glaube, das ist 66. Jawohl, das ist Nummer 66. Wer hat 66? Wunderbar. Viel Spaß damit. Und ganz zum Schluss noch zu unserem Hauptpreis von Pretz Media gibt es ein exklusives Mediabook von Black Moon. Ein cooler Film, eigentlich nach einer Story von John Carpenter. Feine Sache. Und wir schauen, wer es mit nach Hause nimmt. Nummer 60. Wo ist die Nummer 60? In Orange. Wir sind noch bei den Orangentickets. Nur Orange. Da ist es. Jawohl. Hast du das Mediabook noch nicht? Nein. Super, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Film. Euch sage ich jetzt einmal fürs Erste Danke fürs Zuschauen, fürs Mitspielen, fürs Mitmachen. Ich baue ganz kurz die nächsten Preise auf und dann starten wir mit der Hauptverlosung der Comic- und Filmbörse. Zu gewinnen gibt es dann einen Hotdog, der wird gerade hinter euch zubereitet. Alle drehen sich um, ich finde das lustig. Wunderbar. Ja, manche Leute finden Hunde süß, ich finde sie süß-sauer. Hunger, nicht Hunde. Hunger. Jetzt weiß ich, warum die beiden Wörter so ähnlich sind. Egal, ich mache weiter schlechte Witze. In 5 Minuten gibt es die zweite Verlosung. Bis gleich. Kann ich Orange zerreißen? Ich hoffe packard. evangelistische Untertitelung. Danielle Barker. In 5 Minuten wählen. Verlurar. Verlosung. Verl력. Verlutar. Vielen Dank.